Als erstes noch die nationale Ebene zum Vergleich. Da hat die Schweizer Stimmbevölkerung das Covid-19-Gesetz mit 62% Ja-Stimmen angenommen. Der Verwaltungskreis Biel ist also recht repräsentativ. 62,4% vom Stimmvolk hat hier das Gesetz angenommen. Im Verwaltungskreis von Berner Jura haben nur knapp 51,2% der Stimmberechtigten Ja gesagt und im Seeland sind es 61,1% gewesen. Zu Grenchen sind 60,8% für das Covid-19-Gesetz gewesen und im Seebezirk sind es 64,3% gewesen.